Guten Morgen, Pele, Pele, Pele. Pauschien muss jetzt hier mal eine kleine Kontrolle machen. Ja, nicht bei dir. Nee, 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 nee. Da oben bei seinen Eltern. Weißt du, du musst erst mal gekrabbelt werden. Ja, komm her. Mein kleiner Knödi. Pauschien ist noch nicht ganz wach. Du machst hier gerade den Knödel so rum. Pele-Knödel. Oder Pele-Eierkuchen. Was bist du? Auf jeden Fall bist du platt. So, mein Schatz. Bevor jetzt hier Chaos losgeht, lass mal Fräuchchen jetzt erst mal da oben Kontrolle machen. Okay. Hallo, meine Süßen. Guten Morgen. Na, Knödi, Papa? Hallo, mein Schatz. Pauschien würde gerne mal kurz gucken, wie es denn so um die Möhre bestellt ist. Hallo, Süße, meine Süße. Darf ich mal kurz Möhre gucken? Dein Blick sagt eindeutig nein. Ja, ich habe Möhre schon gesehen. Okay, gut. Dann mache ich es jetzt so schnell wie möglich. Ich hole jetzt Möhre einmal ganz kurz ab und packe Möhre auf die Waage. Ja, ich weiß, ist eine blöde Sache, aber muss sein. Genau. Knödi ist derweil mal ein bisschen was. Und ich verspreche dir, kriegst Möhre auch gleich sofort wieder. Wir können eigentlich das auch hier oben machen. Ich hole mal die Waage hier hoch. Okay, bis gleich. So, meine Süße. Guck mal hier. Kleine Waage. Da packe ich die Möhre jetzt nur mal ganz kurz rein. Komm. Ja, beiß mir in den Finger. Alles okay. Du kriegst sie gleich wieder. Oh, schönes, warmes, weiches Baby. Außer. Okay, alles klar. Das war es schon. Möhre, Mausebein. Hm, komm her. Wir merken uns. Wir merken uns. Wir merken uns einfach die Zahl. Ja, ja, alles gut. So, geht so. Möhre wieder richtig hingewitzt. Okay, das machst du selber, ne? Und die Möhre hat, glaube ich, da vorne den voll dicken, fetten Kropf. Guck mal da. Das sieht doch gut aus, ne? Ja, 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 ja. Okay. So. Bin schon wieder weg, mein Schatz. Machst du ganz toll. Und der Knödi natürlich auch. Wo ist denn der Knödi eigentlich jetzt hier? Hallo, Knödi-Papa. Ja. Hast du jetzt Pille, Palle, Peli nach unten geschoben, ja? Peli, hängst du da noch ganz gut bei mir irgendwie? Peli, hast du den Peli von der Schulter verdrängt, ja? Du stolzer Papa, du? Ja. Gut. Lass mich mal jetzt hier die Leiter runterklettern, damit Soße wieder ein bisschen mehr Ruhe hat. Habe ich nochmal kurz gucken. Oh, schön, schön, schön. Okay. Und ihr da so? Onkel, Tante oder Oma Hallo sagen gehen? Gut. Macht ihr super. Bis später. Tante, Tante oder Oma Hallo sagen gehen? Vielen Dank.